Tachchen, a gross hecky day. Optimieren, optimieren, optimieren. Das ist aber gar nicht das Entscheidende, worum es geht. Also Landingpages, E-Mail-Funnels, Ads-Funnels und so. Immer wird optimiert und optimiert und optimiert. Sondern es geht darum, genau rauszufinden, was die Kunden, die potenziellen Kunden, die Interessenten da draußen, was die denn überhaupt wollen, was die überhaupt brauchen. Darum geht es, das rauszufinden. Und weil das halt so schwierig ist, ohne mit denen direkt zu sprechen, wo ja eh alle Angst vorhaben, gibt es ein ganz, ganz einfaches Tool und das sind kleine Umfragen. Auf der Webseite, im Bestellprozess, nach dem Bestellprozess, per E-Mail, einfach mal eine Umfrage. Warum habt ihr gekauft? Warum habt ihr vielleicht nicht gekauft? Warum seid ihr gekommen? Ganz einfaches Tool, ganz einfache Growth Hacks, super einfach auszuprobieren, macht niemand. Coole Nachricht, ich habe dazu eine ganze Podcast-Folge aufgenommen mit Samuel und Fabian. Also, ohne Ende optimieren, kundenzentriertes Optimieren, so nenne ich es. Viel Spaß dabei. Tschüss.